so da sind wir zurück ihr seht ich war gerade ein bisschen farmen was heißt ein bisschen die letzte halbe stunde kann man so sagen und wir haben auf jeden fall die drei mal 56 teile die wir hier brauchen dass das hier noch und dies noch jetzt können wir uns nämlich an den volt um meiner tier 3 wagner ganz kurz dass dahin dass dahin der hammer da hoch das essen kommt dort rein der ist ausgeschalten den homer erst einmal darin dahin 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 und dahin ja das ist ein bisschen was was wir hier haben ist nicht viel aber immerhin besser als guarnix wir haben jetzt so das problem ich brauche noch ein paar kack team aber in der zeit können die ersten sachen hier durch rad an karten holen wir uns ganz leicht ich habe jetzt alle verballert das ist scheiße also müssen wir einmal in die wüste und tschüssi batsch ja im übrigen ich habe immer noch die abbau lähmung wie man oben links rechts in der ecke erkennt aber das soll uns nicht davon abhalten die müsste ja demnächst auch die ist gleich weg so dass und das da rein abbau lähmung ist weg hier dann wachs und gedeihe mal die brauchen wir zum beispiel golden es ist zu viel zuckerrohr da kann ich ruhig mal ein bisschen was entsorgen das können weg machen das können wir da rein hauen so wir 34 stück wir brauchen die blöcke kann das sein ja wir brauchen ein bisschen mehr von dem ganzen spaß ich hätte von vornherein gleich die blöcke nehmen sollen ach mensch 56 hatte ich gesagt drei haben wir schon da sind wir bei 53 plus die zwei die wir hier schon haben jetzt muss ich ganz kurz gucken bevor ich nochmal in den wassertempel gehen muss ähm das sind 53 ja ich darf nochmal in den scheiß wassertempel gehen oh man ich dachte eigentlich ich werde aber durch die kian farbe war auch leer das heißt davon brauche ich auch 53 kann man die dinger nicht irgendwie noch anders herstellen erscheint nicht so wie macht man das data storage haben wir davon nicht noch eins scheint mir nicht so und wir haben auch keine emerald mehr zwei drei vier da haben wir auch nichts hier auch nicht aber wir haben auf jeden fall sowas iron jeers das 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 war das jetzt der factorizen den wir brauchen factorizen split genau lead iron jeers iron jeers lead ich glaube das war dort das war unten crafting table und das davon haben wir vier ich brauche einen crafting table ein zwei drei vier dieses faktor riesen gott das da zwei glass haben wir hier oben dann war glaube das da das ist scheiße wenn jetzt die hälfte fehlt dann ein hardened casing das aus bronze bronze und dann waren noch vier bier und dann muss ich immer jetzt traden ja das war irgendwo hier hinten ich glaube ich war das da drin im carpenter ja jo der arbeitet wir kümmern uns ganz schnell um emerald ich brauche drei stück da kann ich das euch auch gleich mal zeigen ihr seht hier die ganzen punkte unsere villager sind in dieses haus umgezogen die sind nicht mehr in dem grund da drinnen können wir die villager paaren ich weiß nicht warum hier drinnen ging es nicht aber ja ich habe die dann einfach mal umziehen lassen und seitdem funktioniert das dort da sind immer zwei villager drinnen die sich fortpflanzen und der rest pümmelt hier drinnen rum ja so jetzt bist du gesperrt wow du willst papier komm ich brauche nur nein ja ja ich habe das hier ja 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 Sehr nice. Einmal Home. So, ich brauche jetzt die Platten. In den Compactor. Der war... Ja, wo auch immer. Geht das hier nicht auch? Nein. Haben wir keinen Compactor? Nö. Haben wir nicht. Aber wir haben immerhin wieder 12 Emeralds. Und wir haben eine neue Statur. Die setzen wir... Wo setzt man die denn hin? Äh, hier. Ja. Läuft. Äh, das, 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 das. Jetzt holen wir uns noch ganz schnell oben ein paar Kakteen ab. Och, mehr als genug. Genauso viele bräuchten wir nicht. Wir bräuchten nur 28. Ähm... So. Jetzt müssen wir mal lunzen. 53, 53. Ähm... Da hinten das Ding müsste jetzt fertig sein. Danke. Danke. Das ist fertig. Das da rein. Und dann brauchen wir dafür... Lapis, Glowstone, Redstone und eins davon. Eins, zwei, eins. Äh, du kannst erst mal wieder... Nee, du nicht. Aber du da rein. Zweite Platte. Äh... Da haben wir einen. Dritte Platte. Und ach du Scheiße. Was braucht der denn für Flüssigkeiten? Aluminium und Latex. Haben wir alles. Das haben wir alles. Ach so. Ne, erstmal müssen wir das machen. Das. Und jetzt, äh... Das und starten. So, Strom dürfte kein Problem sein. Das haben wir mittlerweile en masse. So. 53. Äh... Das kommt da rein. Was war denn dort? Was war dort der? Keine Ahnung. Ja, was machen wir denn jetzt in der Zeit? Holy. Holy. Ah, der arbeitet nicht mehr. Dat läuft doch schon mal. So. So. Und das hier. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Ich will aber heute unbedingt noch den Void-Ohr meiner fertig kriegen. So, das. So, das. Iridium. Platin. Das, das. Und Gold. So. Die können wieder klein gehäckselt werden. Und das kommt erst mal alles mit. Äh... Da hin. Da hin. Und das kommt da hoch. Und das kommt da hin. Zweieinhalb Minuten noch. Die Erze hier rattern durch. Dann... Einmal die Irmgard hier rausnehmen. Und wir lunzen mal, ob wir da neuen Villager haben. Müssten eigentlich... Oh, ja. Da. Da. Rockstar, dancer, till I drop. My life is a party. My home is the club. My stage is the dance. Your body never stops.